Egal macht einfach das nächste an. Jaja, Joni macht das schon, der war ein bisschen schneller. Hä, aber ich konnte ihn mal wiederholen. Vielleicht geht das nur später, wenn ihr dann einzustellen. Ja, ich denke auch später geht das. Hä, und was ist, wenn wir das komplett verkacken? Dann ist es scheiße. Dann kannst du vermutlich nochmal machen. Dann kannst du auch nicht weiterspielen. Dann können wir es mal machen. Dann ist das Spiel für dich vorbei, musst du neu kaufen. Und los! Doch, jetzt bin ich als erster gestartet. Ah, das ist dann random vermutlich. Ich denke auch. Oder wie das vorige Rennen ausgegangen ist. Im Ausland, oder wer hat ein Glück die ganze Zeit. Alter! Joni, mach keinen Scheiß da. Ja, ich versuche das. Oh! Alter! Fuck! Ey, wo kam der denn her? Der kam fortan auf dich zu schon, die ganze Weile. Nein! Doch! Oh fuck, ich bin letzter. Du hast ja vorher gegen mich geschoben. Nein! Alter, das wird anstrengend jetzt alles aufzuhören. Das gibt's auch nicht. Also... Nein! Nein! Da kann man nicht durchfahren. Ich wollte mega abkürzen, Alter. Ich versteh echt nicht. Das bleibt dann erstmal ganz dritten Wissen. Bleibt auch hinten, weil man so viel Scheiße braucht dann. Abwarten. Zeig dir doch, wie das geht. Leicht wird's nicht. Das ist voll komisch. Wenn ich das alleine spiele. Ich bin immer so drinnen einfach, weißt du? Weil du so konzentriert bist und alles. Das ist ja während des Spiels abgelenkt, ne? Aber es ist lustiger. Ja, ich bin auf dem siebten Platz. Das bringt mega viel Spaß hier. Oh Gott! Auto, geh weg da! Aber ich seh euch schon wieder. Ihr habt mein Auto auf der Straße gepackt. Da aufpassen. Das ist ja voll nett von dir! Ja, ich hab ihn gesehen, ey. Ey, die anderen sind gleich in Gefahr. Nein, ihr überholt mich nicht. Haut ab, haut ab, haut ab. Warum seid ihr scheiße? Ihr seid mega weit vor mir. Wow, wow, wow. Da kommt so eine ganz merkwürdige Kurve. Fuck. Scheiße! Lass mich durch hier, ey. Mann, die Autos sind die schlimmsten, die parken denn, ey. Ja. Wenn du irgendwie um die Kurve fährst. Das geht nicht mehr so cool wie in Need for Speed, dass man Leute einfach umdrehen kann. Ja. Die reagieren dann da drauf und fahren weg. Hahahaha. Schuhl und Scheiß! Da geh ich ja auch in das, ey. Wenn die für's gut ging das immer noch. Ey, Juni, Alter. Ich hab dich gleich eingeholt. Ey, ich fahr auch scheiße. Och Gott. Ja, Dito, ey. Ernst du, Mastus? Jetzt mach ich... Ach, keine Rücksicht auf Verluste. Warum sind wir letzter? Das heißt hier wir. Hahaha. Sehr gut. Ich geh gleich wieder. Schwupp. Ich denk gar nicht dran, Juni. Ey, denk nicht dran. Nein, ich versuch's doch nicht zu machen. Ich seh Juni schon an meiner, äh... An meinem, äh, Spoiler hinten. Hahaha. Und da sag ich mal nicht, der kommt anstatt mal vorbeizufahren, so. Sonst muss der Teamleader, äh, jetzt schnell neu starten. Wenn wir mehr Punkte haben. Ja, okay. Das wär halt ne Idee. Wenn man schon sieht, oh, okay, das wird nix. Da direkt neu starten. Ist next. Musst du jede Kiste neu gut machen, also ist noch nicht so... Dann zünde ich mir auch eine an. Dann können wir, dann können wir das ja noch, äh, die Zwischensequenz laufen lassen. Aha. Gewinn das Rennen. Es ist immer so geil, wie, wie gut das beschrieben ist. Ja, ja. Was man machen muss. Gewinn das Rennen. Ach so. Oh, aha. Hände sie das nicht gesagt jetzt, ne? Ja. Ja, das ist das Gefühl, warum. Ja, gut, bei denen, dann, ja. Das ist, das ist... Stell dir mal vor, da steht dann ne, was muss ich machen? Hm, 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 hm. Wenn ich die Game-Solverne, ja. Gucken, ich hab halt gar nichts dazu. Ich hab diese Free-Wer-Sum, die es grad... Da haben wir alle, glaub ich, ne? Ja. Ey Joni, da fährt deine Mama. Das ist das Taxi oder den schwarzen? Also ich kann es nur dir auszudenken. Also gegen die Karre sieht meine Karre wunderschön aus. Deine Karre ist voll hässlich, Mann. Die ist wunderschön. Deine Karre ist hässlich, wie deine ganze Familie. Oh, coole Location. Stimmt. Das ist übrigens cool gemacht in The Crew, dass man halt schon immer ein... Also fahren startet, sozusagen. Häufig. Wollte ich ganz sagen. Häufig. Ja, genau. Häufig. Gerade nicht. Geil, wie einfach alle auf dem Haufen sind, ey. Ich hab das Gefühl... Wow, Helikopter! Juni! Oh. Ja, so geradeaus fahren ist, äh... Ist leichter, ne? Ja. Oh, jetzt steht keiner quer vor mir. Ich hab ein bisschen Angst, weil ihr beide vor mir seid. Ah, Jens, weg da. Juni, weg da. Juni! Alles gut, alles gut. Ja, bei dir vielleicht. Ja, 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 weiß ich ja. Alter, ey. Das Dicke hab ich gleich gefahren. Alles gut. Okay, du, ich hab... Und hier haben wir uns getroffen. Juni! Nein! Ey, da konnte ich nix für. Sehr gut. Das seh ich ja, ey. Scheiße! Ich hab's nicht übertrieben. Oh Gott. Endsport! Oh. Und Jens ist immer ganz, ganz still und heimlich. Der ist schön, dass er... Ja, was? Du kannst dich konzentrieren. Ich... Also ich muss sagen... Ähm... Ich muss mich immer nur konzentrieren an euch vorbeizukommen. Dann ist alles gut. Scheiße, du hast es geschafft, ey. Ich hab das so gesehen, wie Krischi sich da erst mal auf die Seite gelegt hat. Ja, warte, ey. Das war... Das war... Das war... Das war mega Spaß, ey. Aber ich bin trotzdem gut durchgekommen da. Sehr gut. Die Kacke hat halt einfach eine komplett andere Lenkung so, ne? Ja, ja. Ganz anderes Handling. Vor allem schwergängig, das Teil. Ja, 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 sehr schwer. Das ist einfach wieder geil, ey. Ich sag's doch, ey. Das kann nicht gut werden, wenn wir drei zusammen in der Crew erinnern. Ja, echt? Ey, lass mal so haben. Sie Crew spielen. Alles klar. In einer Crew? Nein. Nein, Silber. Ja, Silber. Schade. Und mal ein Auspuff. Aber das könnte... Das war ja so eine Mission... So ein Rennen, das könnten wir, glaube ich, nochmal machen. Also das, ähm... Meinst du? Das, ja, das war halt kein Ausrufezeichen bei mir. Soll ich noch... Wollen wir das nochmal machen? Ja. Muss nicht. Du hast... Einmal machen wir dann noch. Also ihr habt schon recht, das ist cool gemacht auf jeden Fall. Und das sieht halt extrem gut aus. Ist halt ein Rennspiel, aber dafür hat man relativ viele verschiedene Möglichkeiten, finde ich. Also, ähm... Es ist halt nicht, dass du nur auf der Straße oder so fährst, sondern wie halt das hier, ne? Auch, ähm... Einfach mal so ein bisschen Abwechslung mit reinbringst, ne? Monster Truck ist geil. Das finde ich auch noch mit dir gefahren, ey. Ähm... Motorradfahren ist nachher richtig krass, ey. So, er sagt, für dich soll das ein Kinderspiel. Zeig, dass sie recht hat. Ich finde, der Start ist mega langsam. Ja, ja. Weil die Autos haben halt keine... Beschleunigung. Ja. Alter, Fug. Ich muss mich mal hinten einordnen. Oh, 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 oh. Weiter! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was macht ihr denn da verdammte Scheiße nochmal? Das war ganz woanders, Mann. Nein, du bist links rübergezogen. Meine Fresse, ey. Nein. Das ist jetzt links nicht geflogen. leite ich für eine Lüge. Da! Nein! Gute Arbeit! Die Crew! Man darf sich auf jeden Fall nicht vor dem Hüpfen bewegen. Ja. Ich finde das geht. Haben wir ja gesehen die Runde vorher. Ja. Das war der eine Hügel. Fährt der auf der Straße schneller oder auf dem Gelände? Ich glaube das ist egal, ne? Ne, auf Straße. Aber jetzt... Das gleiche Szenario wie eben. Ich hänge nur einen Meter hinter Jens, ey. Ja, und ich hänge ein paar Meter hinter dir. Ja, 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 lügt doch nicht, Alter. Hup! Jetzt mal ein bisschen weiter hinter. Diesmal kriegst du sie nicht auf die Seite gelegt. Das Visual Tuning ist einwandfrei. Ja, das hab ich noch gar nicht wirklich ausprobiert. Da wollte ich auch noch mal gucken, was man da alles machen kann. Stimmt, da kann man auch echt viel machen. Und ich finde das cool, wie die das gemacht haben. Immer wenn du die Teile neu dranbaust und sowas, dann wird das so abgehoben von dem Auto und neu ran gesetzt. Das sieht richtig cool aus. Ja, ich hab in der Garage, ne? Ich hatte da auch schon echt einiges gemacht. Der Mann hat grad ne Flügel in meiner Kamera. Was? Das sieht doch alles wegschauen. Sehr gut, ey. Der Mann hat ganz kurz ne Flügel gesehen. Juni stream von der Müllkippe. Das ist gut. Die ist beauftragt worden von uns die Fliege, dass sie dich nervt. Ja, genau. So, okay. Nochmal machen wir das nicht. Ich hab zwar immer noch kein Gold, aber... Jens hat schon wieder Gold, oder? Ja. Wenn ich da rausge theken. Dafür kann das nennen. Ja, vielleicht eins lecker. Das grünen heute. Das ist ja immer eher noch ein Blat. Und ich schau mal der Anschein. Es ist sicher nicht.